Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem kleinen Info-Video mal wieder. Ich bin euer Mammut und ich habe ein paar kleine Infos für euch. Und zwar werde ich in den letzten Tagen häufiger mal gefragt, ey Mammut, wie machst du das hier mit diesen benutzerdefinierten Thumbnails? Ich will das auch können und sowas. Ja, die Sache ist die, YouTube plant jetzt so demnächst für alle monetarisierten YouTube-Accounts, also alle, die diesen Monetarisierungsvertrag, ich nenne es mal Vertrag, abgeschlossen haben, bekommen nach einer Zeit dann diese ganzen YouTube-Partner-Funktionen, wie zum Beispiel die benutzerdefinierten Thumbnails, dieses etwas größere Kanaldesign, wo man dann so einen Banner oben drüber machen kann und sowas. Und auch, dass man Videos zu einem bestimmten Zeitpunkt freischalten kann. So, die Sache ist die, man kann nicht bestimmen, wann man das bekommt. Man bekommt es einfach und man bekommt nicht mal eine Information, dass man das bekommen hat. Es ist einfach da. Man kann nichts dafür tun, dass man es schneller bekommt oder sowas. Es ist einfach da. Gut, das war es auch schon mit diesem Infovideo. Ich hoffe, es hat euch soweit geholfen. Und ja, wenn ihr sonst wieder irgendwelche Fragen habt, fragt mich. Ich versuche euch das zu beantworten. Und sage dann mal Tschüss und bis zum nächsten Video von mir.